Jetzt hab ich hier nämlich so geilen Clostone. Hier stehen auf jeden Fall schonmal... Ähm... Was? Melonen und Kürbisse. Echt? Ja. Ich fahr gleich mal vorbei. So. Wir haben auch ein Schaf hier oben. Ich nenne es glaube ich... Gustav. Ich nenne es einfach das Schaf. Ne, das ist ja doof. Ist ja richtig lahm. Jetzt muss Gustav heißen. Oder irgendeinen tollen anderen Namen haben. Ich weiß nicht, will ich jetzt schon den nächsten... Aber es macht eigentlich am meisten Sinn. Hier... Kannst du noch wegbuddeln? Wow, da muss ich ja den ganzen Hof hier wegbuddeln. Ne, muss ich gar nicht. Was mach ich denn? Ah, ich bin überfordert. Ah, ich bin überfordert. Äh... Kommst du rüber? Ah ne, doch nicht. Ich dachte schon... Bring mal bitte das... Ach ne, brauche ich ja gar nicht mehr. Leute, ich habe ja auch noch mega viel Kohle. Aber... 64 und 23, wow. Warum befülle ich denn das denn hier? Und warum braten die nur so lange? Also langsam. Soldat. Soll. Hä? Ja, die arbeiten aber... Beide gleich, ne? Ja, passt. So. Ja, bei mir ist grad noch ein bisschen Überwaldung. Also wegen frischer Luft und so. Ich möchte ja Sauerstoff bei mir haben. Ähm, so. Steinziegel, ich habe noch... So, ich habe ja auch noch Gold jetzt. Nein. Aber ich habe noch... Vor allem habe ich Birkenholz noch. Ich habe auch noch Birken hier rumstehen. Also falls du irgendwas Birkenmäßiges brauchst. Guck mal auf meinen Berg oben, wie viele Bäume da stehen. Hä? Gar nicht so viele. Das sind irgendwie... Tausend Bäume ineinander. Die sind... Achso, du hast da oben gepflanzt. Okay, ich dachte... Ich habe da einfach... Ich habe überall da welche gestellt. Da wachsen alle ineinander so richtig komisch. Voll geil. So. Ja, hierhin. Die steht hier immer noch. Ja. Die steht hier immer noch. Die ist eigentlich voll gut. Ich finde das voll gut. So. Hier bin ich da gerade dabei. Okay. Und... Will halt... Achso, ich wollte jetzt... Gerade eigentlich... Ja. Und hier... Kann man dann halt lang. Naja. Aber... Also... Hier soll jetzt noch eine Leerfläche... Und dann soll der Turm anfangen, weißt du? Loll. Man kann mit einer Axt Melonen jetzt auch schneller abbauen. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß doch gar nicht, wie ich den Eingang machen will. Und was... Ist das da? Warum hast du da eine... Dingenshin gebaut? Ja, weil ich hier hoch wollte. Dass sie... So. Ja. Spring da einfach runter. Ach fuck. Ich wollte dir gerade noch eine verpassen. MLG Wasser. Ich bin... Ich spinne so gut. G, U hat die... Hast du es geschafft, oder was? Ja. Oh mein Gott. Ah, ich hab ja Kies hier. Juh. Kies ist so unnötig, ne? Echt das unnötigste Stück Scheiße der Welt, ey. Alter. Ach. 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 Habe ich hier auch irgendwo nicht den nordischen Tanz? Was für ein Tanz? Nordischen... NORDISCHER. Was heißt das? Norwegischer. Ah. Pineapple Shake. Oh lol, ich hab mir total viel vor... Oh Gott, bin ich blind, Alter. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte das craften. So, jetzt noch das hier, damit, da. So, Moment, ganz kurz überlegen, so. Und hier muss jetzt die Kiste hin. So, jetzt muss ich mir überlegen, ich kriege eine Kiste. Ach komm. Alter, teilweise sind die total laut, die Sachen, und teilweise total leise. Also die Lieder, weißt du? Echt richtig krummisch, ey. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum hat denn der das gemacht? Ja, weil jetzt kommt das Eisen nämlich nachgerutscht, und dann wäre das nämlich sonst nicht da reingegangen. Okay, 29. So. Äh, ja, wie findest du denn das Video, was ich jetzt da gemacht hab? Ja, was haben wir denn noch nicht angeguckt? Ah, hier, das ist das eine. Das ist das alte, The Good Old Times. Und davon gibt's noch eine Version, und zwar die. Die, und die ist witziger und cooler. Na ja, also wär ganz geil, wenn du das Video mal angucken würdest. Ja. So, ne? So. Weil da hab ich das Lied halt so bearbeitet, dass es ne Dausschleife war. Ach ja, so. Ach nee. Das ist ja falsch. So, und hierhin kommt jetzt der Turm. Das ist halt echt die Frage... Loi. Das ist ja gar nicht laut, ne? Äh, mein Handy ist nicht laut. Ne. Quatsch. Das ja nicht. Aber Samsung betreibt sowieso, was die Vibration angeht, ey. Ja, echt so, ne? Ja, ist so. Alter, die... Weißt du, das Handy von meiner Mutter vibriert der Glastisch, geht erstmal kaputt, weißt du? So in etwa, ey. Ich werd die ganze Zeit auf Steam voll gespammt, Alter. Warum hast du Steam auch... Warum hast du... Also, Steam, ja. Steam. Warum hast du Steam denn auch auf deinem Handy, Alter? Ne, auf PC wär ich so gespammt, mein ich. So. Ja, warum hast du das denn auf dem PC, Alter? Ist doch so unnötig. Echt so. Braucht keiner. Ne, eben. Hast ja ja nur mehr als 100 Euro drin. Ah, siehst du, braucht keiner. Ne. Äh. So. Ich glaub, ich muss den anderen Turm auch nochmal höher machen. Wenn ich den jetzt höher machen, muss ich den anderen auch höher machen. So. Geht der hier denn schon? Ja, dann geht der hier schon um die Ecke, okay. Heißt, hier kann ich dann erstmal... ...drauf scheißen. Oh, scheiße. Weil ich finde ihn so richtig cool da in den Berg einbauen mit. Achso, ne, Moment. Hier geht er ja schon los quasi. Heißt da auch. Schauen wir hier hinweg. So. Schon sieht das glaubhaft aus. Oh nein, hier muss ich richtig viel schaufeln, glaube ich. Könnte sein, dass hier gleich den Garten rauf geht. Meiner? Ja. Ne. Der Deal war, der wird nicht rauf gehen. Vier. Ja, vielleicht würde auch gar nicht drauf gehen. Ich guck erst mal. So. 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 Alter, ich glaube, ich muss da richtig gleich... ...richtig reinflitzen, ey. Ich glaube, ich muss den ganzen... ...Teil hier abbauen. Oder? Oder baue ich den Turm da halt so hoch... ...dass das hier quasi mein... ...Hauptturm ist. Das ist ja... ...der ist gar nicht so viel größer dann, ne? Wenn ich den jetzt so mache. Hm? Mal sehen. Na ja, erst mal so hochkommen. Nochmal. Oh, da ist noch gar nicht... Moment mal. Oh, verdammt. Ich bin ja dumm. Äh. Ach so. Oh, ich bin ja doppelt dumm. Doch, dein Garten... ...oder zumindest eine Melone und einen... ...Dingens muss draufgehen. Also nicht eine Melonenpflanze, sondern nur eine Melone selber. Bis schon wieder neu gewachsen ist. Warum auch immer. Das kann ich verschmerzen. Verkraften meinst du? Nicht verschmerzen. Das sind... Verschmerzen und verkraften ist dasselbe. What? Man sagt doch nicht verschmerzen. Doch. Alter, ne, fiegt das gerade alles. Ah. Nein. Ja. Einfach irgendwas, was ein bisschen Stimme mit drin hat. Selbst wenn diese Stimme nur sagt... ...nab, nab, 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 naun. Oh, ich bin schon wieder dusselig. Das hier muss ja nur weg. Das Geile ist auch... Das Lied heißt einfach... ...nab, nab, naun. Nab, nab, naun. Und... ...einer singt ja die ganze Zeit... ...nab, nab, naun, nab, naun. Egal. Ach, guck mal. Hier kann ich dann... Okay. Ja, wir werden gleich oben mal gucken. So, wie hoch ist denn das andere jetzt gebaut? Ach, das ist jetzt schon wieder falsch. So, das hier muss aber hoch. Ich hab auf meinem Hauptturm einfach so'n Bosch oben, ey. Nice. Richtig geil. Vielleicht muss ich den anderen gleich anpassen, was die Höhe angeht, ey. Alter, ey. Der ist so groß, nö, ist der Wahnsinn. Der Bosch ist so groß. Sohan. Dein Bosch. Sohans Busch. Ja, das stimmt. Alter, ich bin eigentlich... Ich bin, glaub ich, komplett behindert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was hab ich da? Oh Gott. Alter. Ich hab da auch fünf. So, hier hab ich eins, zwei, drei, vier. Ich bin komplett behindert, ey. Das ist ja nix Neues. Hö, hö, hö. Ja. So viel überlegen. Ne, dein Garten wird... Ne, wird er nicht. Aber er ist kurz davor. Ah. Ah. Musst du kurz davor aufpassen. Er meckert schon. Warte. Da. Äh. Oh. Oh geil. Ja. Tui, tui, t�, tü, ttu, 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 tt. Jetzt der